BR 2018 BR 2018 Ja? Virenanstalt Frankfurt, grüß Gott! Virenanstalt! Bitte? Mit wem sprech ich? Nein, kenn ich nicht. Ob ich Sie nicht kenn? Wieso soll ich Sie kennen? Keine Ahnung! Ich hab noch nie Ihren Namen gehört. Wer sind Sie? Bitte, was Sie wollen mir die Wadl vorrichten? Bloß, weil ich Sie nicht kenn? Also, wenn Ihnen was nicht passt, dann kommen Sie her. Sie sind im Haus. Ja, dann kommen Sie rauf. Zweiter Stock. Dir fünf. Das ist ein blöder Kerl. Wieso kennen Sie mich nicht? Ich will Ihnen die Wadl vorrichten, wenn Sie mich nicht kennen. Was ist denn das für Idioten? Entschuldige. Was ist denn mit Ihnen los? Sind Sie komplett verrückt? B-b-b-b-bitteschön. Sie sind nie... Jetzt tun Sie sich einmal beruhigen. Das ist das Erste. Zweitens dann, bitteschön, tun Sie sich ordentlich vorstellen. Dann können Sie Platz nehmen. Dann sagen Sie mir, woran Sie leiden. Woran ich leide? An Ihrem Problem. Bitte, was? An Ihrem Problem, Leidi. Was denn? Alle Menschen kennen mich. Ja. Aber Sie kennen mich nicht einmal am Telefon. Und da schon gar nicht. Aber Sie werden mich kennenlernen. Ja, ja, ja. Warum soll ich Sie kennen, hab Sie noch nie in meinem Leben gesehen? Ich bin Geschäftsleiter, Stellvertreter Ferdinand Mako. Schreien Sie zu. Ich bin nicht derisch, Herr Macho. Platz nehmen. Mako. Ja, Macho. Ich hab's schon gehört. Das ist ja unglaublich. Wieso soll ich Sie kennen? Alle Menschen kennen mich. Alle. Und auf Arme will mich kein Mensch mehr kennen. Ja? Aber die werden mich alle kennenlernen. Das ist das Geist-Syndrom. Das ist ein ganz spezieller Virus. Die Leute bilden sich ein. Jeder kennt sie. Aber dem, dem ist nicht so. Ja, woher kommt das? Ja, woher kommt das? Das kommt von der Polizei. Ja. Das greift derartig schnell um sich. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht erwischt. Ja, aber ich bin ja nicht von der Polizei. Ja, das ist ja das Phänomen. Auch Viren können sich verirren. Ja? Was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Gehen Sie jetzt einmal mindestens sechs Monate in Krankenstand. Ja? Dann tun Sie täglich dreimal Idiotikum schlucken. Ja? Und dann tun Sie in aller Ruhe abwarten, ob der Virus vergeht. Mein Gott. Ja, da is er ja gut sei Dank. Bitte schön, wer... Sie! Ja? Wer sind denn Sie? Glanz in kein Wort. Ach so? Alles, was er sagt, ist blöd. Nix glamm. Bitte, wer sind denn Sie? Wurchen Sie nicht auf Sie. Die kann Sie nicht verstehen. Wieso? Wieso versteht Sie mich nicht? Weil das is mei Frau die Erna. Ja? Die ist doktorisch, die hört Sie nicht. Was hat er gesagt? Moment. Moment. Sie hört mich nicht. Nein. Sie hört mich nicht. Nein. Ja, hat sie kein Hörgerät. Was sagt er? Schon gut, schon gut. Schauen Sie, die Frau und die Erna. Ja? Wir beide sind stockderisch. Bade. Ja, beide. Haben aber nur ein Hörgerät. Aha. Was sagt er? Moment, Moment, Moment. Sie haben nur ein Hörgerät? Ja? Und wir tragen das Hörgerät abwechselnd. Abwechselnd? Einmal Sie, einmal I. Aha. Ich bin I dran. Aha. Was hat er jetzt gesagt? Moment, Moment. Jetzt tun wir das einmal klären. Bitte geben Sie ihr das Hörgerät, damit ich mit ihr sprechen kann. Nein. Ich bin schon seit 30 Jahren verheiratet. Ja. Seit 30 Jahren. Ja. Wir haben noch nie gestritten. Ach so. Was hat er jetzt gesagt? Moment, Moment, Moment. Bitte. Tun Sie abwarten. Tun Sie abwarten. Ich werde Sie trotzdem bitten, geben Sie ihr das Hörgerät. Ich möchte endlich mit dieser Frau ein paar Worte reden. Was hat er gesagt? Schon gut, schon gut. Ich bin ihn net deppert. Wenn I mein Hörgerät I gibt, dann hör I nix. Ja, aber ich möchte mit ihr sprechen, deshalb muss I mich hören. Bitte geben Sie ihr das Hörgerät. Was bittet er? Ja, ich seh'n gut. Ich seh'n gut. Ich seh'n gut. Ich seh'n gut. Dann gib'n halt. Bitte. Ach so. Ja. So. Mach schön. Jetzt hör'n sie. Jetzt können wir mir zwei. Moment, tun Sie sich beruhigen. Jetzt können wir mir zwei. Um was geht es in der ganzen Situation? Ich kenn' mich nicht aus. Was sagt er? Moment. Du musst gleich sein. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Das ist mein Mann. Ja. Wissen Sie was? Und der hat eine Marotte. Ja. Immer wenn er das Hörgerät drinnen hat, dann glaubt er, jeder muss ihn kennen. Ah. Was sagt sie? Moment. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Du sollst leise sein. Was sagt sie? Bitte seh'n's endlich ruhig. Was sagt der? Psst. Ich hab' auch ein Hörgerät. Ach so. Ja. Aber das funktioniert wunderbar, sag' ich. Ja. Großartig. Ich kann Ihnen einen Tipp geben. Ja? Sie kaufen sich ein zweites Hörgerät. Dann können Sie zugleich reden und hören. Na, na. Was sagt der? Du sollst leise sein. Moment, bitte schön. Ruhe. Was sagt sie? Moment bitte. Was sagt der? Das mach' ich auf keinen Fall. Wieso denn? Ja, ich will ja mein Ruhe. Versteh'n's? Was sagt sie? Bitte beruhigen Sie sich. Was sagt der? Mein Gott, du sollst leise sein. Was sagt sie? Bitte beruhigen Sie sich. Was sagt der? Sie wollen kein Hörgerät. Nein. Bitte beruhigen Sie sich. Das ist nicht schrecklich. Also. Mir reicht's jetzt. Ja. 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 Was soll denn das? Ja. Wie kann denn ich mich jetzt da unterhalten? Ich red ja gegen eine Wand. Mein Gott, wissen Sie was? Die geh' mir sowas auf die Nerven. Was sagt sie? Ja. Ja. Ich era ja. Was sagt sie? Ja. Nein. Wer hat sie mir knackst? Ja. 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 Vielen Dank.